Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, also besser gesagt zu der ersten Folge Magic Tiles 3. Lass nicht lange reden und gleich anfangen. So, also einfach ist es schon. Ähm, falls ihr das Spiel auch haben wollt, dann packe ich euch den Link in die Kommentare. Und falls ihr wollt, dass ich dann auch nochmal andere Spiele spiele, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ähm, also ich hatte das erste Level schon vorhin gemacht und deswegen bis hier 175, glaube ich. Und naja, das hier geht ganz bestimmt bis 600 oder so. Oh, wow, ich habe es schon mal in die Kommentare. Wow. Oh, ist das aber schwer. Geil. So, dann spielen wir jetzt die, das dritte. Los geht's. Musik 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 Und wenn das dann schon mal warst, dann warst du es auch über die Lüge. Also ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und habt noch viel Spaß. Äh. Ja. Tschüssi. Musik